Also ich empfehle Bernd Schmidt, weil ich mich sehr gut aufgehoben fühle und weil ich das Gefühl habe, dass es nicht um meine Unterschrift geht, sondern dass es darum geht, mich persönlich gut zu beraten und das Beste für meine Situation zu tun. Bernd Schmidt empfehle ich gerne weiter, weil ich weiß, wie er eben halt auf die Leute zugeht. Es finden erstmal in aller Ruhe Gespräche statt, um sich einen Eindruck zu machen. Und erst wenn die Leute dann merken, dass da das Vertrauen auch da ist, dass sie dann auch weiter mit Bernd Schmidt arbeiten und man dann eben halt auch weiß, dass das alles gut laufen wird. Mehr als 20 Jahre praktische Markterfahrung haben mich in meinem betriebswirtschaftlichen, ganzheitlichen Ansatz mehr als bestärkt. Meine Mandanten sind gut durch die Krise gekommen. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Mensch vielerorts zur Nebensache verkommt, gilt es den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch ist durch diverse Krisen und die Medien völlig verunsichert, ja geradezu traumatisiert. Dabei bergen derartige Situationen ungeheure Chancen. Also gilt es den Kopf hochzunehmen, die Situation zu analysieren und gezielt zu verändern, um diese Chancen wahrzunehmen. Nicht für die Bank, nicht für die Versicherung, sondern für den Menschen, meinen Mandanten. Danke. Danke. Vielen Dank.